Was passiert da? Da ist eine Mutter, die hat ihr Kind entführen müssen, weil ein Gutachter, also brisant, also ADHS, also ich bin schon wieder so aufgeregt, das muss man sich mal vorstellen, die leibliche Mutter hat man das Kind weggenommen, weil die Wahrscheinlichkeit und Tabletten, ich habe jetzt nicht genau Züge, ich habe da keine Lust drauf, ich gehe da an die Decke, ja, das muss man sich mal vorstellen, was die mit Menschen machen, die ADHS haben, das ist eine Frechheit, Mann, sage ich dazu, eine Sauerei ist das, dann nehmen sie der Frau das Kind weg, weil das ADHS hat. So was gibt es da ja nicht, was soll ich denn dazu noch sagen, Mann? Ich hasse es einfach nicht, es ist einfach nur eine Schweinerei, ja, ich bin stinksauer, Mann, und diese Scheißbehörden und die Richter und all diese Scheiße, die da immer nur Träck und Mist machen, ADHS ist keine Krankheit. Das ist eine Begabung, BASTA!